Die verrücktesten Geschichten aus dem Leben einer Kosmetikerin, Folge 33. Und obwohl letzte Nacht mein Instagram-Profil gehackt wurde und ich einfach nur gestresst bin, musste ich euch diese Story erzählen. Die Geschichte ist wahr und natürlich habe ich die Erlaubnis, euch diese Geschichte zu erzählen. Parallel mache ich meine Skincare-Routine, ich blende euch hier oben die Produkte ein. Prinzipiell hätte das eine cute Love-Story sein können, war aber nicht so. Die Geschichte handelt von Clara und Leon. Alles fing an mit einem süßen Smiley. Ein Smiley, den Leon Clara über Facebook geschickt hat. Clara sieht also diesen Smiley, guckt sich das so an und denkt sich, hm, wer bist du denn? Was macht Clara also? Sie schickt ein Smiley zurück. Und so fängt dann der Chat an. Beide schreiben so ein bisschen hin und her, aber relativ schnell beichtet er ihr, hey, ich will es nur mal so angekündigt haben, ich bin übrigens in einer Beziehung. Und sie denkt sich, was will der Kerl dann von mir, wenn er in einer Beziehung ist? Warum schreibt er mir voll ab, wenn Männer einfach Frauen schreiben? Weil sie hat das Ganze schon auf Flirt-Ebene empfunden. Also respektierte sie das natürlich sofort und hat ihm auch geschrieben so, ey, ganz ehrlich, so, was willst du dann von mir? Hat ihm so einselbig geantwortet, gelangweilt geantwortet, so, die Passion war einfach weg. Weil das ist nicht geil und Leute, das geht auch nicht klar. Danach war erst mal zwei Wochen Funkstille. Dreimal dürft ihr raten, wer sich gemeldet hat? Bingo, Leon. Er ist aktuell im Urlaub mit seiner Freundin und meldet sich einfach bei Clara wieder. Er schreibt ihr, hey, wie geht's dir, ist alles okay? Und sie schreibt daraufhin, ey, Leon, hör mal zu. Ich bin eine fremde Frau aus einer anderen Stadt. Wir wohnen weit voneinander entfernt. Was willst du von mir? Du bist mit deiner Freundin im Urlaub. Was willst du von mir? Aber prinzipiell war er schon ihr Typ. Also sie wäre schon amused gewesen, aber dieses Freundinnen-Argument ist natürlich tabu. Er antwortet daraufhin ganz entspannt. Ich will nichts. Ich will einfach nur ein bisschen Smalltalk, ein bisschen quatschen. Alles gut. Alles entspannt. Und er betonte die ganze Zeit, dass sie mal dieses Freundinnen-Thema ein bisschen ausblenden soll. Weil sie die ganze Zeit deine Freundin, deine Freundin, deine Freundin sagt und Girl, sie hat auch recht. Und irgendwann dachte sie sich, weißt du was, ich blende das aus. Okay. Ist für mich dann auch einfach nur Smalltalk. Der ist süß, der ist sympathisch, so. Ich nehme das nicht so ernst. Side note. Bis dato haben beide auch noch nie telefoniert oder so. Wirklich nur geschrieben. Der Kontakt wurde also immer enger und enger. Und irgendwann fragte er sie halt so nach einem Treffen. Paar, zwei Leute. Er pochte die ganze Zeit auf dieses Treffen. Und sie war so, ey, warum willst du dich mit mir treffen? Und dann hat er einen Satz gedroppt. Der hat alles zerstört. Haltet euch fest. Er sagt zu ihr, ich möchte endlich das Mädchen sehen, das mein Herz höher schlagen lässt. Das hat bei ihr heftig was ausgelöst. Und das war auch so der Moment, wo sie gecheckt hat, ey, irgendwie sind wir beide verliebt ineinander. Die beiden waren also verliebt ineinander, obwohl sie sich nicht einmal gesehen haben und nicht einmal telefoniert haben, Leute. Aber die beiden schickten sich die ganze Zeit Fotos und Videos voneinander. Und auch so Standort. Also sie wusste schon, das Ganze ist real. Der Typ ist schon real. Den gibt's. Das Ganze zwischen den beiden ging jetzt mittlerweile schon acht Monate. Und er vertraute ihr halt auch intime Probleme aus seiner Beziehung an. Er sagte ihr, dass er sie auch schon mal betrogen habe, dass er unglücklich sei in der Beziehung, dass sie ihre Probleme haben, dass das Liebesleben nicht mehr so gut sei und dass auch ihre Eltern ihn einfach nicht mögen. Sie war nämlich eine Zeit lang in Neuseeland und währenddessen hat er sie betrogen. Sie verzieht ihm aber relativ schnell. Und er sagte ihr halt auch öfter, dass er auf sie steht. Er ist aber immer noch in einer Beziehung, Leute. Clara machte ihm aber relativ schnell deutlich, ey, das kann so nicht weitergehen. Du musst dich entscheiden. Entweder sie oder ich, weil ich bin keine zweite Wahl und ich bin auch keine Option. Finde ich gut von ihr. Es ist nämlich beiden Frauen gegenüber nicht korrekt. Er war sich dessen auch bewusst. Ihm war klar, er muss das irgendwann äußern. Aber er hat nicht so den richtigen Zeitpunkt gefunden und er wusste auch nicht, wie er das anstellen soll. Er sagte halt die ganze Zeit, du, die ist voll zerbrechlich, die ist so emotional, sentimental. Sie würde auch schon was ahnen. Sie wacht wohl nachts auf aus ihrem Albtraum, weil sie geträumt hätte, er würde sie verlassen. Und das hat die ganze Sache für ihn nochmal schwieriger gemacht. Clara hatte also Interesse an ihm und hat sich auch gesagt, ey, ich bin nicht der Grund dafür, dass die beiden sich trennen. Es lief vorher ja schon nicht. Sie wusste, sie wird geduldig bleiben, weil sie Respekt hat. Aber sie wusste auch, sie macht das nicht lange mit. Part 3, Leute. Zwischen den beiden kam es ständig zu Streitereien. Sie hat gesagt, ey, das ist nicht korrekt von dir. Sie muss es jetzt endlich erfahren. Es reicht. Ich kann das nicht mehr mitmachen. Ich will auch nicht geduldig sein. Klär die Sache mal jetzt bitte. Er hat ihr halt ständig versprochen, ey, ich klär das, ich klär das. Aber nichts ist wirklich passiert. Deshalb hat sie gesagt, weißt du was, ich block den Typen jetzt. Dass es reicht. Er hat aber wiederum von zig anderen Social Media Kanälen geschrieben und Fake Accounts kreiert, damit er wieder Kontakt zu ihr aufbauen kann. Er wollte sie nicht verlassen. Er wollte nicht, dass das mit ihr endet. Clara war einfach am Ende. Bis Leon dann plötzlich angerufen hat und gesagt hat, hey, weißt du was, ich habe mich für meine Freundin entschieden. Ich will nichts mehr von dir. Okay, ich meine im Endeffekt so seine Entscheidung, klar. Aber Clara denkt sich halt auch so, was spielst du hier die ganze Zeit Spielchen mit mir? Wir haben schon seit über einem Jahr Kontakt. Was soll der Mist? Und sie dachte sich, nee, ich mache die ganze Zeit sein Theater mit. Jetzt ist Stopp. So leicht kommt der Typ nicht aus der Sache. Das hat Folgen. Für Clara war also klar, sie muss es erfahren. Egal, ob er sich für mich entschieden hat oder nicht. Clara ist nicht dumm, Leute. Sie ist nicht auf den Kopf gefallen. Natürlich hat sie die ganze Geschichte verrückt gemacht. Sie war aber schlau genug, während des Kontakts noch zu recherchieren, wer denn seine Freundin ist. In seiner 500-Freunde-Facebook-Liste hat sie gesucht, gesucht, gesucht und tatsächlich seine Freundin gefunden. Sie wusste also, wie die Freundin aussieht und sie wusste, welches Profil ihr gehört. Sie hat sich also eine Freundin geschnappt. Die haben alle Accounts ausfindig gemacht. Die haben ihr, ihren Freundinnen und ihrem Bruder die ganze Geschichte erzählt. Aber keiner hat reagiert. Anscheinend ist alles im Spam gelandet. Nur eine Freundin von ihr hat dann reagiert und gesagt, hey, ich habe das ihr gesagt. Er hat sich aber bei ihr gemeldet daraufhin, also Leon bei Clara und hat gesagt, oh mein Gott, wie kannst du nur? Warum erzählst du das? Warum tust du mir das an? Du weißt doch, was das für eine schwierige Zeit für mich war. Wie kannst du mich in so eine Scheiße bringen? Aber sie hat daraufhin einfach nur reagiert mit, ey, ich habe dir so viele Chancen gegeben. Du hättest es klären müssen, aber du hast es nicht geschafft. Und einfach verdient. Und ich finde dieses Thema richtig interessant, Leute, weil ich würde es auch gerne wissen. Ich denke, viele von euch würden es gerne wissen, oder? Die meisten Affären wollen gar nicht, dass die eigentliche Freundin davon Bescheid weiß, weil sie in den meisten Fällen sich für den Mann entscheiden und dann noch die Affäre für die ganze Geschichte verantwortlich machen. Und so ähnlich war es leider hier auch. Letzten Endes hätte es sie über alle Kanäle erreicht, das heißt über ihren Bruder, über die anderen Freunde auch. Aber sie ist total sauer auf die beiden Mädels und gibt denen die Schuld und ist mit ihm voll im Reinen. Und beide haben sogar geheiratet. Die ganze Geschichte ist jetzt tatsächlich schon sieben Jahre her. Clara ist absolut nicht stolz auf ihre Racheaktion, aber ist nach wie vor der Meinung, dass sie es erfahren hat, war einfach richtig. Was haltet ihr von der Geschichte und wie hättet ihr an Claras Stelle reagiert? Schreibt sie mal bitte in die Kommentare. Und falls du eine Bedtime-Story hast, die mega ist, dann schick sie mir via E-Mail an info-at-skin-meeting.de Und dann schick sie mir auf die Kommentare.